Heyo, ich seh zu einer weiteren Folge von DSJ4. Ja, sind wir wieder hier und heute geht's weiter im ersten Durchgang von Lachty und wir starten hier den ersten Durchgang mit Sergej Kachenko, der hier einen vernünftigen Sprung hat. Sogar, der war stark. 128 Meter, könnten das seine ersten Weltkarte-Punkte sein? Wahrscheinlich ja, denn der Sprung war echt gut. Und damit sind wir den letzten Punkten los und Springer los. Blöd gesagt, ne? Auch Philipp Sakala macht hier einen Sprung auf 122,5 Meter. Das würde ja nicht reichen, aber Kachenko wird heute wahrscheinlich die ersten Punkte machen in dieser Saison. Auch Mohamed Ali Bedi hofft mal wieder auf Punkte, denn so viele Punkte hat er auch generell noch nicht gemacht. Schaut heute auch nicht schlecht aus. 125 Meter, gute Noten. Wir werden sehen. Viel mehr vorne wird er nicht wirklich sein, aber er hat die Chancen auf jeden Fall dabei zu sein, so viel ist sicher. Dann André Karkina. Auch bei ihm. Solider Sprung. Viele gute Noten, aber ich glaube auch die Weite wird hier den Strich durch die Rechnung ziehen. Ich glaube, 125 ist nur das absolute Minimum, würde ich behaupten. Vitali Kalnitschenko, naja, meistens von den drei Sprüngen, der hat er zwei gut. Hier ist der zweite schon schlecht, deswegen letzter Platz und das wird heute wahrscheinlich auch nicht für mehr reichen bei ihm. Decker Dean. Schafft es auch immer wieder mal, sich zu qualifizieren, aber es fehlt so ein bisschen die Explosion im ersten Durchgeweist. Das ist bei ihm und die hat er hier auch nicht. 120 Meter, auch er rennt hier hinterher, denn rennen kann auch Nikaido, der als nächstes hier runter darf. Nur wie weit springt er hier runter? Kachenko führt auf jeden Fall noch einmal, das ist sehr interessant. Nikaido jetzt nur auf vier. Und ich glaube auch nicht, dass da viele sich qualifizieren werden, außer jetzt ein Kachenko bisher. Aber sehr interessant, auch Pavel Vazak kommt ja nicht wirklich in die Gänge, nur 108,5 Meter und das ist der letzte Platz. Auf jeden Fall mal hier. Andrew Urlaub darf noch runter, für die US-Amerikaner. Auch bei ihm. Erst durchgegangen meistens eher nicht so gut, auch der Sprung war jetzt nicht das Gelb vom Ei. Rang 6, also auch eher wohl oder übel. Bleibt hier wahrscheinlich über. David Kowatzki darf jetzt runter. Der war echt solide mal. Da gibt es echt mal einen guten Sprung. Das ist Rang 2. Kachenko führt trotzdem weiterhin auf Rang 1. Valentin Foubert ist auch reingerutscht hier. In den ersten Durchgang. Der war schon lange nicht mehr im ersten Durchgang. Naja. Und hier sieht man so ungefähr, warum er meistens da nicht ist. Aber er ist damit trotzdem nicht ganz letzter Vordersprung jetzt nicht das Gelb vom Ei war. Timi Zajsch. Schon am Wege auch. Ja, auch hier kommt nicht so weit. Da waren die Qualifikationssprünge viel besser auf jeden Fall. Aber wenn es zählt, sind manche mal halt vielleicht ein bisschen nervöser. Wer weiß. Rang 5 nur für ihn. Auch er hat jetzt nicht die beste Weite, sag ich jetzt mal. Fati Adar Ipcioglu. Der macht das sehr stark und übernimmt jetzt auch die Führung. 129,5 Meter. Sehr starker Sprung. Und ist jetzt auch verdient auf Rang 1 dadurch. Martin Hammann. Auch mal wieder seit Längerem eine zweistellige Nummer. Und hier gleich mal 130 Meter. Punkte sind nicht ganz so gut wie bei Ipcioglu. Deswegen Rang 2. Simon Hammann jetzt für die Schweizer. Entweder ist Imhof qualifiziert oder Hammann. Heute ist Imhof nicht qualifiziert, aber auch Hammann scheint hier in diesem Durchgang nicht viel mitzureden zu haben. 113,5 Meter. Das war leider nix. Das war leider nix. Imhof ist aber auch dabei. Das habe ich vergessen. Nun ja. Imhof im Moment vielleicht gar nicht so schlecht, denn der schaut nicht schlecht aus. Das waren 130 Meter. Auch super Noten. Und das ist die Führung für Remo Inhof. Imhof. Kaspar Ivalto. Ja, auch immer wieder mal so einer, der gerne mal einen Durchgang. Anführt, aber dann irgendwo hinfällt. Trotzdem 128,5 Meter ist nicht schlecht. Das ist Rang 4. Das ist auch auf jeden Fall auf einem guten Weg in den zweiten Durchgang. Alex Insam. Der einzige Italiener ohne Podium dieses Jahr, was auch crazy ist. Weil jeder einzelne einen Sieg oder einen... Also am Podium war. Zweimal Dritter und einmal Erster. Hier jetzt Rang 3 für den Italiener. Auch nicht schlecht. Auch nicht verkehrt. Der ist auf jeden Fall gut positioniert für den zweiten Durchgang. Stefan Leier schon unterwegs auch. Bei ihm läuft es auch nicht ganz so. 123,5 Meter. Rang 11. Hier für Leier. Da fehlt auf jeden Fall auch noch einiges. Erik Belschow jetzt. Ja. Auch er kommt eher auf die niedrigere Route. 23,5 Meter. Rang 13. Auch das war nicht wirklich das Geld von My 2 US Boys. Es sind zwar häufiger im ersten Durchgang, aber bringen es dann auch nicht immer rüber. Michael Heiberg. Stark. Beim Qualifikation ganz weit vorne. Hier durch die Noten. Jetzt auch. Geht in Führung hier. 0,1 Punkte jetzt vor Remo Imhoff. Ja. Die Hillside scheint im Moment noch so ein bisschen die Grenze zu sein. Schauen wir mal, ob auch Daniel Chofenik daran kratzen kann. Ein paar Meter ging es ja doch weiter in der Quali noch. 128 Meter, Rang 7. Ist durchaus sehr in Ordnung. Da ist jetzt Exeguo mit Kachenko, der auf dem besten Weg ist, sich hier zu qualifizieren. Andreas Wellinger hat hier Probleme grobe und ist damit leider auch draußen. Oh jei jei jei. Yunshiro Kobayashi darf jetzt ran. Was schafft er? Hier, der Yunshiro. Kommt ran. An dich ist es aber auch nicht ganz. 128 Meter, Rang 7 für ihn. Niko Kytosaho ist genau die Hälfte des Feldes. Schauen wir mal, was er hier so schafft. Und dann schauen wir mal so durch. So ein bisschen. 15 sind jetzt offiziell qualifiziert, was halt bis Martin Hammann wäre. Aber die ersten 15 haben generell gute Chancen, würde ich sagen, sich hier zu qualifizieren. Schauen wir mal. 123,5 Meter wären das im Moment. Ich glaube ja eher, dass so 125 Meter die Grenze ist. Wir werden sehen. Und wir kommen jetzt zur zweiten Hälfte, die jetzt Daniel Vasiljev eröffnet. Auch in Kasache. An dieser Stelle sehr interessant. Kachinko ja am besten Wege, sich zu qualifizieren. Und Vasiljev eher nicht Rang 21. Da hätte man eher Kachinko erwartet. Aber heute vielleicht mal so ein Tag. Hier Punkte zu machen. Ryoyo Kobayashi ist schon am Wege. Ja, der war stark. Das ist der beste Sprung bisher. 131,5 Meter. Lokalrekord Nummer 25. Und das ist auch die Führung damit. Sehr stark vom Japaner. Roman Kudelka. Macht auch einiges richtig hier. Auch er kommt über dich in Zeiss, würde ich mal behaupten. So ist es auch. Macht auch gute Noten. Und ist damit auf Rang 2. Also da läuft ziemlich viel richtig da vorne. Marius Lindwig jetzt. Ja, kann man auch nicht ganz ran. Aber trotzdem nicht schlecht. 129 Meter, Rang 6 für ihn. Auf jeden Fall eher auch in lauer Position für den zweiten Durchgang damit. So viel ist mal sicher. Friedrich Wilhelmstadt. Ja, ist ein bisschen... Nicht ganz so. Ne. 122,5 Meter, Rang 23 bis im Moment. Bis inklusive Rang 10 schon dabei. Der nächste wird tatsächlich ein Serge Kachenko, der dann mit seinen ersten Weltcup-Punkte machen würde. Also stark, stark, stark an dieser Stelle. Also stark, stark an dieser Stelle. Giovanni Bresodola. Darf jetzt runter. Ja, da kann er besser. Da kann er auf jeden Fall besser. 124,5 Meter. Die Noten waren nicht gut. Nur Rang 19. Wird heute sehr eng fehlen. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Andrea Kamprega waren beide X-Eco-Erster in der Quali. Mit nur 32,5 Meter. Und hier ist davon keine Spur. Nur 119 Meter für Kamprega hier. Und da ist er auf jeden Fall chancenlos abgeschlagen. Wladimir Zogravski jetzt als nächstes. Ja. Macht ein paar Wackler. Kommt das ihm vielleicht nicht so weit. Trotzdem 128 Meter. Für die Fehler, die ihr hier eingebaut habt. Trotzdem noch ein guter Sprung. Und da ist er auf jeden Fall auch dabei. Halvor, Igna, Kranerud. Ja, da fehlt auch einiges. Und Rang 20 im Moment mit rund 24 Meter. Ja, da wird er wohl überbleiben, sag ich jetzt mal. Jan Hörl. Nach ihm noch 15. Schauen wir mal. Was hier so an dem Tag liegt. Ja, auch einen sehr soliden Sprung. Hat er wieder mal gebraucht. Noten sind gut. Rang 5. Da ist er auf jeden Fall dabei. Bei der Spitzengruppe. So viel ist sicher. Ja, die ersten 15 mittlerweile dabei. Auch Kachenko. Damit im zweiten Durchgang. Kobatzki der letzte. Auch Bedier und Kakina noch mit sehr guten Chancen hier reinzukommen. Denn da gibt es halt auch viele, die hier unter 125 Meter gesprungen sind. Aber, ja. Muss man halt mal gucken, ne. Vielleicht rutscht er noch da hin oder mal rein. Noki Nakamura jetzt mit 126,5 Meter auf Rang 15. Damit auch... Also, ja. Da ist er exekommen mit Kobatzki. Aber beide sind dabei. So. War schon immer so und ist auch hier auch so. Anti-Alto. Ja, macht er auch vieles solider. Rang 15 mit 127 Meter. Auch er ist da knapp, aber doch dabei. Jephchen Maruschiak darf jetzt runter. Oder hat er auch Probleme? Da fällt er auch zurück. Schade. Rang 34 für ihn. Das war's, Wohlwebel, für seine Punktehoffnungen heute. Stefan Kraft. Fehlt auch ein paar Meter. Rang 16 ist seine Positionierung. Na, er kann's nur besser werden fast im zweiten Durchgang. Denn da wird er ja an der unteren Hälfte starten. So wie es ja aussieht. Dann eine andere Tante. Kommt hier sehr gut raus. Hat er den Wind? Ja, hat er. Also, das war gut. 131 Meter. Das ist der dritte Platz für Tante. Da setzt er sich mitten vorne rein. Weiter geht's mit Domen Preutz. Und am besten 10 des bisherigen Winters. Preutz, Kaper Frank 22. Und da muss er tatsächlich hoffen. Da ist er sicher qualifiziert. Denn B, die rutscht jetzt rein. Preutz im Moment draußen. Da muss man gucken. Ancelanischek. Der Gewinner des letzten Springens. macht das auch hier sehr solide. Landet nicht ganz vorne. Aber ist auf Rang 11. Der ist auf jeden Fall wieder in lauer Position. Soviel ist mal sicher zu sagen. Kamil ist doch jetzt. Ja, auch er war sehr gut. Letztens. War auf Rang 2. Oder, ja, 2 war er. Genau. Und landet hier jetzt auf Rang 17. Nicht ganz so gut. Da hat er nicht wirklich so die Chancen jetzt auf dem Sieg, sage ich jetzt mal. Oder auf dem Podium. Aber er ist auch auf jeden Fall mit dabei von der Partie wieder im zweiten Durchgang. Johann Andre Vorfang. Der will sich so ein bisschen revanchieren für letztes Mal. Gelingt ihm auf jeden Fall. Die Grundlage dafür gesetzt. 130 Meter. Das ist Rang 5 für Vorfang im Moment. Auch da fehlt nicht viel nach vorne. Pius Paschke. Ah, das ist bei Paschke. Er war auf einem Aufwärtstrend, aber ja, läuft im Moment anscheinend dann doch wieder nicht. Nürgen 42. Robin Pedersen läuft jetzt runter. Robin Pedersen hält auch nicht ganz weit vorne mit, aber trotzdem ist er nicht abgerissen. Naja, 5 Punkte sind 5 Punkte, ne? Aber es ist alles machbar. Dass er zumindest auf dem Podium eventuell vorkommt. Wir werden sehen. Krieger durchwand. Der war stark gefühlt. Und kann diese Höhe auch halten. Ja, 130 Meter. Rang 5. Das ist er auch in einer guten Gruppe da vorne. Und ist auf jeden Fall in Podiumsnähe damit. Christopher Eriksen Sundar. Der war gefühlt noch stärker. Aber kann die Höhe dafür nicht halten. Und 28,5 Meter. Rang 14. Ja, ist in Ordnung. 2 noch. Alexander Schniescholl jetzt. Der hat auch vieles zu zeigen hier. Ja, geht sich auch nicht ganz für vorne aus, aber Rang 22 Punkte nimmt man mit. Aber ja, da muss er sich noch drastisch verbessern im zweiten Durchgang, um hier einen Impact zu machen. Denn es wird immer vieles, vieles immer knapper hier im Gesamtweltcup. Eto Nussi einen bei seinem Heimspringen kann auch eine gute Leistung zeigen. Er ist in lauer Position auf Rang 11. Da fehlt auch nicht viel nach vorne. Es sind nur zweieinhalb Punkte, die bis ganz nach vorne fehlen. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp im zweiten Durchgang. Bis inklusive Dom und Priots sind die Leute dabei. Das war noch knapp, da ist er noch gut reingerutscht. Aber alles, was danach ist, ist auf jeden Fall nicht dabei. Da sind ein paar bekannte Namen dabei. Zum Beispiel wie ein Piers Paschke. Auch ein Maruschek, der meistens vorne war, ist da nicht dabei. Und naja, wer ist dabei? Sergei Kachenko. Der wird heute seine ersten Punkte machen. Also GG mal an dieser Stelle. Starten wir diesen zweiten Durchgang jedoch. Ein bekanntes Gesicht. Dom und Priots. Mal schauen, kann er jetzt seinen guten runterhauen. Ich meine, zu verlieren hat er nichts. 30. ist er so oder so. Ganz so runtergehauen ist es nicht. Aber 129 Meter ist auf jeden Fall deutlich besser als sein erster Durchgang. So viel ist sicher. Und mal schauen, was hier André Karkina auf den Teller bringt. Der hat den Verschmeister. Nimmt wieder einen Punkt mit. Aber mehr war das heute auch nicht. 4,99,5 Meter mit Abstand der kürzeste Sprung bisher. Nur mit Ali Bedia. Der hat die Chance auch auf jeden Fall. Gut, hier Punkte mitzunehmen. Schon länger nicht gepunktet. Vielleicht kommt er das aus den unteren Vieren mal raus. Mit diesem Sprung wahrscheinlich eher nicht. Rang 2. Trotzdem Punkte sind Punkte, die wir da mitnehmen. David Kupatski jetzt. War auf Rang 25. Nach Durchgang 1. Ja, das war auf jeden Fall besser. 129,5 Meter. Das ist die Führung. Für Kupatski. Ich würde sagen, 144 mal 288. Ich würde sagen, so 285. Da könnte man schon am Podium stehen. Vielleicht sogar gewinnen. Ich weiß es nicht. Aber 285 klingt nach einer guten Zahl. Für einen Top 3 Platz. Schauen wir mal. Oh, der ist stark. Naokoi Nakamura. 132,5 Meter. Das ist auf jeden Fall der stärkste Sprung bisher. Auch wenn ich gesehen habe, von der Weite her. Das ist 285 Punkte wert. Denn der war stark, der Sprung. Der könnte noch sehr viel reichende Konsequenzen haben. Tatsächlich. Wir werden sehen, was das noch wert war, der Sprung hier. Stefan Kraft jetzt. Ja, war auch nicht so schlecht. Nicht ganz so gut. Aber Rang 3. Naja. Schade. Komplementiert seinen Aufwärtstrett nicht ganz. Aber war jetzt auch kein schlechtes Springen von ihm. Aber das ist auch seine Tendenz, die er generell hat. Anti-Alto. Manche sind halt immer wieder besser. Obwohl er sehr konstant ist. Sagen wir mal so. Anti-Alto war, ist jetzt auf Rang 2 mit 129,5 Meter. War im Gesamtweltcup noch vor Nakamura. Aber ich glaube, das wird sich nach dem Springer ändern. Denn Nakamura ist ein sehr stronger Kandidat im Moment. Alexander Schniescholl, der macht hier auch keinen großen Impact, der wird am Boden auf jeden Fall verlieren im Gesamtweltcup. So viel kann ich mal hier und heute sagen. Kamil Stoch. Denn da kommen noch einige, die in seiner Nähe waren von Schniescholl. Und das wird ein großes Durchgemische wahrscheinlich nach dieser Folge werden. Wir werden sehen. Auch Stoch kann heute nicht wirklich einen drauflegen. Uiuiuiui. So, jetzt kommt Sergei Kachenko. Der macht seinen ersten Weltcup-Punkte hier. Wie viele werden es werden? Sein Sprung wird er wahrscheinlich nicht halten können vom ersten Durchgang. Nein, nicht ganz. Trotzdem solide Leistung. 123,5 Meter. Das ist Rang 6. Und damit wird er wahrscheinlich auch, wenn ich das so hochrechne, auf jeden Fall, Philipp Sakala überholen im Gesamtweltcup. Daniel Ciovenic unterwegs zu einem guten Sprung auch. 130,5 Meter. Kommt er nicht ganz ran an Nakamura, aber das war auch ein guter Sprung. Muss man hier ganz offenkundig zugeben. Und viel mehr war da auch wahrscheinlich nicht drin bei den Bedingungen. Roman Pedersen, der bräuchte jetzt eigentlich auch einen wie Nakamura, aber das bekommt er nicht. Hohle 26,5 Meter bekommt er. Rang 6, da fällt er auch zurück. Und die Big Player machen bisher nicht so die Big Punkte. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Junjiro Kobayashi jetzt. So. Auch er kann da nicht wirklich mithalten mit der Gruppe, mit der Spitzengruppe. Hier im Moment, Rang 5. Trotzdem solide Leistung. Kann man nichts sagen. Im Moment, so. 17. Platz war er nach Durchgang 1, Wladimir Zogravski. Ich glaube, da waren mehrere. Wenn ich mich nicht täusche, 128er kommen jetzt die ganzen. Und naja, der ist auf jeden Fall kürzer, auch Rang 7, obwohl er super Noten hatte. Rang 7, ja, das hilft halt nix, ne? Das hilft halt nix. Kaspari Valter war auf Rang 15 nach Durchgang 1. Und nach ihm sind tatsächlich Nummer 15 oben, denn er dürfte ex-equo sein. Aber er schafft es bei seinem Heimspringern hier im zweiten Durchgang leider nicht nochmal einen drauf zu legen. Schade. Da fällt er auch bis fast ans Ende zurück. So, die erste Hälfte ist unten. No Kinnakamura vor Daniel Schofenig und Anti-Altos sind im Moment die ersten drei. Weiter geht's mit Christopher Eriksen Sundal. Ja, das ist der erste, der vorne ist und einen guten Sprung macht. Und landet damit auf Rang 3 mit 29,5 Meter. Also das könnte auch halt was ausmachen, denn da waren halt zwei weitere, die einen sehr guten Sprung runtergelegt haben. Und Nakamura ist noch immer am Kurs für ein Podium eventuell. Wir werden sehen. Ancelanischek jetzt. Komplementiert er jetzt seinen guten Lauf weiter mit einem guten Sprung hier. Nicht so exzellent wie letztens, aber immerhin Rang 3, 128,5 Meter. Das ist jetzt Rang 3 im Moment für ihn. Also er wird heute auch wieder ein paar Punkte mitnehmen und seinen Aufwärtstrend damit weiter fortführen. Martin Hamann. Bei ihm gilt dasselbe. Letztens gut gepunktet. Heute auch anscheinend wieder. Der war stark, 130,5 Meter. Der hat ja zweimal über 130, hat auch super Noten bekommen und übernimmt sogar jetzt die Führung von Noki Nakamura. Und das gar nicht so wenig. Bei den Weiten ist das schon viel wert, die 1,7 Punkte. Wir werden sehen, wie weit ihn das nach vorne treiben kann. Denn es sind nur zwei Punkte zum Führenden, die jetzt ab hier sind mit Alex Insam. Das heißt, die Weiten sind doppelt so viel wert und Insam legt er auch einen super Sprung hin auf 132 Meter und kommt hier auf die 288 Punkte, auf die goldenen, die eventuell einen Sieg bedeuten könnten. Denn so viel hinten ist er damit nicht. Wenn man quasi zweimal den besten Sprung nimmt, der ersten beiden, dann wäre er zumindest am Podium. Also, ja. Da kann es auf jeden Fall funktionieren bei ihm. Schauen wir mal. Weiter geht es jetzt mit Etu Nussi. Dann kann er seine Gesamt-Weltcup-Führung verteidigen. Oder haben wir bald einen neuen Gesamtführenden? Vierter. Das ist auf jeden Fall besser als Sundar. Und besser als Schniescholl sowieso. Dann ist halt nur die Frage, was kommt von weit da hinten? Auch besser als Lanishek. Was kann da noch wirklich kommen? Ich glaube, ein Tande kommt vielleicht dann noch, eventuell Schwand und ein Vorfang. Ich glaube, das sind die größten Gefährdungen im Moment für eine Nussi. Dann schauen wir mal. Marius Lindwig jetzt. Hat auch erst mal ganz komisch ausgesehen. Aber dann hat er gut gewirkter Sprung. Und kommt mit seinen 130,5 Meter super runter. Aber er ist nur auf Rang 3. Trotz des guten Sprungs hat jetzt Nakamura erst mal vom vorübergehenden Podium verdrängt, sag ich jetzt mal. Fatih Ada Ipchi Oklu. Der musste es auch erst mal runtersetzen, was er im ersten Durchgang geschafft hat. Der ist dieses Jahr meistens nicht so weit vorne. Und das merkt man dann auch. Rang 14, 125,5 Meter. Trotzdem gute Leistung von ihm heute. Weiter geht's mit Jan Hörl. Kann er heute mal Big Point mitnehmen. Aber scheint auch nicht so der Fall zu sein. Fällt er auch in Position und fällt auf Rang 10 zurück. Nicht mal der beste Österreicher heute damit. Weiter geht's mit Remo Imhof. 7 Rom mit ihm inklusive. Was kann er im Hof hier ausrichten? Auch nicht viel. Fällt auch zurück auf den 18. Rang. Insam vor Hamann und Lindvik im Moment hier. Jetzt kommt ein wichtiger Baustein in diesem ganzen System. Johann andere Vorfang. Ja, kann er auch nicht mithalten. Fällt zurück auf Rang 11. Fällt hinter Sundol zurück. Und hinter Nussian. Also Nussian wird heute sich sehr freuen können, glaube ich. Wenn jetzt nicht Gregor de Schwanden ihm auf und davon springt. Auch der Schwanden kann da nicht mithalten. Und fällt auch hinter Nussian zurück. Das heißt, Nussian baut auf jeden Fall seine Führung. Auch Sundol baut seine Führung auf der Schwanden aus tatsächlich. Das war er vorher nicht zu erkennen. Nun ja, Michael Heiberg darf jetzt runter. Auch er kann da nicht mithalten. Fällt auf Rang 9 zurück. So, jetzt noch 3. Vorhin habe ich noch geredet und gelacht, dass Insam der einzige Italiener ohne Podium ist. Jetzt ist er kurz davor. Daniel andere Tande. Puh, ja. Nicht schlecht. Aber geht sich nicht aus für die Führung. Aber er ist auf Rang 2. Exegg von mit Martin Hamann. Insam schon mal fix am Podium. Was kann jetzt Roman Kudelka hier aussetzen? Der war auch gut im ersten Durchgang. Das wäre auch mal wieder ein Return, den keiner erwartet hätte. Aufs Podium. Aber Rang 5 war nicht schlecht. Aber Rang 5 und verdrängt damit Nussian nach unten. Das ist halt gut für die anderen Kollegen. Denn damit macht er nicht zu großen Vorsprungsaufbau. Sondern nur eher einen kleinen. Naja. Jetzt noch Ryoyo Kobayashi. Der hat aber auch nicht den besten Absprung. Und fällt leider auch weit zurück. Nämlich auf Rang 21. Das tut weh nach dem ersten Durchgang. Aber somit gewinnt hier Alex Insam vor Martin Hamann und Daniel andere Tande. Der hier auf Rang 2 kommt. Tande ist damit ein sehr ernstzunehmender Kandidat wieder ganz nach vorne zu kommen. Schauen wir mal an, was es jetzt in der Gesamtwertung gemacht hat. Naja, nicht viel. In dem Sinn. Die ersten drei sind gleich geblieben. Sundal hat halt Schnieschall überholt. Bleibt damit der beste der Jäger, sag ich jetzt mal. Nussian führt vor Sundal Schnieschall. Dann jetzt die Schwanden auf 4. Tande auf 5. Die sind auch noch dran. Aber ansonsten ist der Abstand wieder ein bisschen größer geworden. Lanišek jetzt auf 6. Der ist dann auf gut vorne gekommen. Vorfang 7. 8. Pedersen 9. Sind Stoch und Paschke. Ja gut. Das war das für heute. Weiter geht es nächstes Mal in Oslo. Und ich würde sagen, da sehen wir uns. Und bis dorthin springt schon brav weiter.